Hört ihr Leute und lasst euch sagen, die Glocke am Turm wird zwölfe schlagen. Menschen wachen kann nichts nützen, Gott muss wachen, Gott muss schützen. Na, was sehe ich da für ein Gesindel? Was seid ihr? Wegelagerer? Oder Dieber auf eurem Beutezug? Nun, jetzt sehe ich das ja erst. Ihr alle, ihr seid ja so seltsam gewandet. Seid wohl nicht von hier. Nun, mit dem Marktschiff könntet ihr nicht gekommen sein, dies verkehrt nur bei unserem Rheine. Aber vielleicht seid ihr ja des Fußweges gekommen und verlangt Einlass in unsere schöne Stadt. Wohl aber doch nicht über dieses herrliche Schloss hier. Da müsstet ihr schon sehen, ob unser netter Herr Chauffeur euch nachher wieder mitnimmt und in die Stadt geleitet. So mag es euch wohl gelingen. Ich kann nur sagen, Herr in deiner Güte und Macht, halt über diese Leute sehr gut wach. Vielen Dank.